Musik Willkommen zur Liebeslegung mit Ella, das Taroskop für den Mai für alle Sternzeichen. Wir verwenden von Colette Baird & Breed die Weisheitskarten für Lebensentscheidungen, das im Bereich Partnerschaften, für die allgemeinen Energien in Partnerschaften oder potenziellen Partnerschaften, also sich entwickelnden, da haben wir das Botticelli-Deck, das goldene Botticelli-Deck, Athanas, Alexandrov, Athanasov, das ist der Ersteller dieser Karten, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, und das Tarot der sexuellen Magie, ja, und das ist von, ich muss mal gucken, Mauro De Luca und Laura Törn, Tom, also auch auf der Webseite zu finden, wenn ihr daran interessiert seid, wir machen heute auch ein paar Dinge in der Astrologie, wir wollen schauen, wie sich das entwickelt im Monat Mai, und ja, schauen wir mal, was für dich in der allgemeinen Legung in Sachen Liebe für den Mai drin ist, bis gleich. Herzlich willkommen, liebe Jungfrau, zur Liebeslegung für den Mai mit Ella, wir schauen uns als erstes mal so ein bisschen die Astrologie an, was dich im Mai so erwartet, und ja, wir schauen mal, was wir für dich haben, momentan ist Jupiter nicht aktiv, großartig in deinem Zeichen, wir haben auch Saturn, der immer mal wieder natürlich reinschaut und der im Verwandtenzeichen Steinbock steht, ganz klar, ähm, da haben wir jetzt momentan auch eine neue Phase, Uranus, das ist so der Rebell unter dem Planeten, der wirkt manchmal befreiend zwischendurch, und ähm, ja, es gilt, dass du dich selbst wichtig nimmst, auf dich achtest und natürlich auch deinen Ideen und, ähm, Leitsternen folgst, also was du gerne machen möchtest, auch in Bezug auf Beziehungen natürlich, das musst du da ja auch irgendwo anbringen. Ähm, Neptun, das ist so der mystische und etwas vernebelnde Planet, ähm, da haben wir zwischenzeitlich immer mal wieder im Laufe des Jahres, äh, Dinge, aber das ist jetzt momentan im Mai nicht so, ähm, involviert, ähm, ja, Pluto macht dich stark, der stärkt immer mal wieder deinen Einfluss, ähm, Mars haben wir in den Fischen im Mai, das bedeutet, ähm, er steht in den Fischen, da musst du aufpassen, es ist so diese Verletzungsgefahr, ähm, weil du dich auch nicht so fit fühlst, da musst du ein bisschen aufpassen, lass dich lieber ein bisschen verwöhnen in der Partnerschaft, ja, und, ähm, wir haben auch, ja, Venus, ähm, die, ähm, rückläufig ist vom 13. Mai bis 25. Juni und da könntest du in dieser Zeit einer verflossenen Liebe ein bisschen nachtrauern, möglich, ja, ähm, Venus in den Zwillingen war eben auch schwierig und hat so ein bisschen zu Konflikten geführt, auch gerade in Beziehungen, ähm, Merkur, der Kommunikationsplanet ist ja auch wichtig, was jetzt so die Beziehungen, die Gespräche miteinander, ähm, betrifft, wir haben ihn für Geldangelegenheiten, wofür Venus natürlich auch zuständig ist, vom 27. April bis 11. Mai, ähm, aktiv, also bis 11. Mai kannst du noch Dinge unter Dach und Fach bringen, ähm, danach bis 28. Mai hast du in der Kommunikation Schwierigkeiten und das ist natürlich auch, ähm, ähm, dann, ja, riskant auch, wie gesagt, in Beziehungen bis zum 28. Mai, danach haben wir Merkur im Krebs bis 5. August, aber Merkur wird rückläufig, ja, und da muss man aufpassen, ähm, 18. Juni bis 12. Juli wird er rückläufig und da solltest du keine Verträge abschließen, auch keine neuen Beziehungen anfangen, ganz klar, ähm, ja, was haben wir denn noch? Wir haben für den Mai, ähm, bis 11. den günstigen Merkur, danach Skepsis ist angesagt, auch was man dir verspricht, was man dir vielleicht so ein bisschen Honig um den Bart schmiert, ja, ähm, Gespräche, günstig für Gespräche, auch in Beziehungen vom 7. bis 10. Mai, ab 13. bist du, wie gesagt, vital etwas geschwächt, Mars zieht dir so ein bisschen die Energie ab und da kannst du dich eben, ähm, noch nicht so oder nicht mehr so gut durchsetzen. Größere Sachen solltest du da eh nicht planen und, äh, vom 15. und 17. ähm, ähm, bist du wieder stärker auch fit und agil, ja, und dann passt das wieder besser. Es könnte sein, dass am 21. und 22. Mai eine Enttäuschung auf dich wartet und da solltest du mit Entscheidungen vorsichtig sein. Du solltest das beobachten, du solltest dir deine Meinung natürlich darüber bilden, aber keine weitreichenden Entscheidungen treffen, also 21. und 22. Mai beobachten, schauen, aber sich Bedenkzeit erbitten oder eben zurückhalten mit Entscheidung. Wir schauen jetzt mal, was die Karten im Mai für dich haben, liebe Jungfrau. So, liebe Jungfrau, dann schauen wir uns jetzt an, was das Thema im Mai für dich ist in Sachen Beziehungen, Liebe, Partnerschaften, ja. Was ist für dich das Thema? Der Gehengte. Das bedeutet, die Perspektive wechseln, also auch der Gehengte ist mehr so der Beobachter, der sich den Gesamtüberblick verschaffen möchte. Das ist das Thema für dich und dein Partner, deine Partnerin. Bei dir haben wir die drei der Münzen. Du bist an Zusammenarbeit interessiert, du möchtest die Dinge ans Laufen bringen oder am Laufen halten. Es kann sein, dass du dir nicht ganz sicher bist, wo die Reise hingehen soll. Okay, aber dafür haben wir den Gehengten. Das ist sicherlich auch Austausch mit deinem Gegenüber. Wir haben das Rad des Schicksals bei deinem Gegenüber. Das heißt, karmische Verbindungen, karmische Entscheidungen. Und da ist es natürlich so, das kann positiv und negativ ausgehen. Ihr harmoniert mit den Zehen der Schwertern und das ist eben, Altlasten, Enttäuschungen hinter sich zu lassen, also diese ad acta zu legen. Worauf du achten solltest, ist die Stärke. Also auch, was ist die Stärke der Beziehung? Ja, wenn du Single bist, natürlich, was ist deine Stärke in Beziehungen? Was kannst du bieten? Was willst du erreichen und wie kannst du das umsetzen? Der Ratschlag ist der Wagen, Krebsenergie, die Zügel in die Hand zu nehmen und gut zu überlegen mit dem Gehengten. Was mache ich? Wie mache ich es? Und das bedeutet natürlich auch, dass man sich austauscht miteinander, dass man darüber spricht, was sind die Pläne? Ja, und wo wollen wir hin, damit nicht der eine in die und der andere in die andere Richtung tendiert. Der mögliche Ausgang ist der Mond. Das ist Sensitivität und das könnte auch, wie gesagt, diese Enttäuschung sein, von der wir gehört haben am Ende des Monats. Das gilt aber auch, sensibel zu sein, mit dem Gehengten auch so ein bisschen die Dinge zu beobachten. Manche Dinge kündigen sich ja auch im Vorfeld an und da eben ein bisschen genauer hinzuschauen, wie die Entwicklung vorangeht, wie der andere sich äußert und das muss nicht immer dieselbe Person sein. Das können auch Familienmitglieder sein. Es muss jetzt nicht nur eine Person sein. Der Gehengte, das ist das Thema. Was haben wir da? Gemäßigt. Natürlich beobachten, aber keine Kontrollsucht ausleben. Ganz klar. Also auf dem Teppich bleiben, die Dinge in Maßen betrachten und natürlich nicht den Daumen drauf halten. Ganz klar. So, wir haben bei dir die drei der Münzen und wir haben die Herrscherin. Du willst die Dinge vorantreiben, dass sie positiv sind, dass die Entwicklungen positiv sind und ja, dass jeder zufrieden ist und dass du natürlich auch zufrieden bist. Die Herrscherin sagt Geduld, ein Schritt nach dem anderen. Das ist eben die Erdenergie, die du auch mitbringst. Wir haben Karma und wir haben den Neubeginn bei deinem Gegenüber. Das ist ein Neustart, unbelastet und frei, passt zu den Zehen der Schwertern. Dass man loslässt, Dinge, die einen belasten und vielleicht auch, dass man diese Dinge aus der Welt schafft, indem man sich einen Überblick verschafft, was ist denn da? Vier der Schwerter, Gelassenheit, also nichts überstürzen, gut überlegen, das haben wir ja auch gehört in der Astrologie. Dann haben wir die Stärke, worauf du achten solltest und die sieben der Schwerter. Die sieben der Schwerter ist die Diebstahlkarte und das haben wir ja auch gehört, eine Enttäuschung oder jemand sagt nicht ganz die Wahrheit. Das muss jetzt nicht in der Partnerschaft sein, das kann innerhalb der Familie sein, im Freundeskreis. Also Beziehungen, wo man darauf achten sollte, mit dem Gehängten natürlich, wie gesagt, keine Kontrolle auszuüben, aber sich natürlich auch nichts vormachen zu lassen. Die Dinge in der Hand zu haben, also die Zügel in der Hand zu haben, wo es hingehen soll, gemeinsam. Und wir haben den Stern, die Heilung. Das ist die Wassermannkarte und bedeutet natürlich auch, dass wir auf dem Weg sind zu heilen, wenn irgendwas bei dem einen oder anderen oder innerhalb der Beziehung nicht in Ordnung war. Der Mond und die Neuen der Stäbe. Nicht aufgeben und natürlich, ich denke auch mit den Neuen der Stäben, sich nicht verausgaben. Sich natürlich weder selbst zu kritisch zu sehen, als auch den anderen, also auch in der Partnerschaft. Man muss ein gesundes Maß finden dafür. Man darf in keinster Weise übertreiben, deswegen die Mäßigkeit hier in der Mitte. Aber man sollte ein gesundes Maß an Realitätssinn haben und die Dinge natürlich auch benennen. Wir haben die Schwerter hier gut überlegen und wenn du dir nicht sicher bist und wenn du keine Entscheidung treffen möchtest, natürlich auch nach Bedenkzeit fragen und sagen, das kann ich jetzt nicht entscheiden. Ich brauche da Zeit, in Ruhe drüber nachzudenken. Auch gerade in Beziehung. Wir haben einen karmischen Neubeginn hier. Könnte ein neuer Partner, eine neue Partnerin durchaus sein. Oder dass man eben einen karmischen Zyklus innerhalb der Beziehung abarbeitet. Also dass man wirklich diesen karmischen Zyklus hinter sich lässt und neu beginnt ohne Verluste sozusagen. Das klingt auch schon mal sehr schön. Wichtig ist, dass du nicht aufgibst, dass du dich auch mit deinen eigenen Schwachpunkten beschäftigst, mit deinen nicht so guten Eigenschaften, mit dem Mund. Aber natürlich auch nicht jedem das aufs Butterbrot schmierst, ja. Sondern gemäßigt, alles gemäßigt, in Ruhe. Auch wenn jemand nicht ganz die Wahrheit sagt, man kann ihm eine Chance geben, das noch anders zu formulieren, ja. Gut überlegt sein, dass man eben Dinge nicht wiederholt, die schmerzhaft waren. Wir haben hier, dass du die Dinge angehen willst, dass sie fruchtbar sind, positiv sind. Und wir haben die Heilung. Das ist wunderbar. Das ist der Ratschlag. Und Heilung passiert natürlich nicht im Konflikt, sondern indem man diesen Konflikt überwindet. Wir haben Bausteine als Orakelkarte für dich, die Nummer 28. Wir schauen mal, was wir dafür Impulse bekommen, Hinweise, was wichtig für dich ist im Monat Mai in Sachen Liebe. Die Grundbedeutung der Karte ist ein starkes Fundament. Eine gelungene, noch andauernde Aufbauarbeit. Die Beziehungsbotschaft. Wenn du diese Karte erhältst, so will sie dir sagen, dass du neue Beziehungen aufbauen und bestehende untermauern wirst. Beziehungen, die auf einer stabilen Grundlage von Ehrlichkeit, Bescheidenheit, klarer Kommunikation und dem echten Wunsch, einander zu kennen, beruhen. Du bist dabei, das Fundament für eine Partnerschaft zu legen, die so unerschütterlich ist, dass sie jedem Sturm standhalten kann. Auch schon seit langem bestehende Beziehungen werden jetzt erneuert und gefestigt. Zu zweit seid ihr stärkerweise und mächtiger als jeder für sich alleine. Und das ist eine wunderbare Energie im Mai, die dich umgibt. Und da ist es halt wichtig, ein gesundes Maß zu finden, nicht zu übertreiben, weder in die eine noch in die andere Richtung und natürlich über die Dinge zu sprechen, nicht aufzugeben und dem anderen immer auch noch ein bisschen die Chance zu lassen, je nachdem, wer es ist, die Dinge klarzustellen, ohne dass man gleich wütend, sauer wird oder sich beleidigt zurückzieht. Wir haben einen karmischen Neubeginn bei deinem Gegenüber und da ist Ehrlichkeit und Wahrheit natürlich unabdingbar. Aber mit dem Rat des Schicksals kann das auch eine Weile dauern. Also, dass das eben nicht so schnell vonstatten geht. Aber ich denke, da kommst du mit klar als Erdenergie und wir haben auf jeden Fall die Heilung nicht aufgeben und sich auch mit den eigenen Unwägbarkeiten befassen. Also, was du vielleicht nicht so optimal ausgerichtet hast bei dir selbst. Das ist eine gute Anleitung und ich denke, da kannst du richtig was Tolles draus machen, wenn wir sehen, dass du Beziehungen vertiefst, ein richtig stabiles Fundament baust und das finde ich großartig. Ich bin gespannt, wie sich das für dich in der Realität dann auswirkt im Monat Mai. Ich hoffe, dass da die Legung hilfreich ist und dir ein paar wichtige Impulse gibt. Lass es mich gerne wissen in den Kommentaren. Ich freue mich immer darauf zu lesen, wie ihr das für euch umsetzen konntet und dann, wenn es hilfreich war, natürlich lass ein Däumchen hoch da. Ich wünsche dir viel Erfolg dabei. Ich bin gespannt und dann sehen wir uns, wenn du magst, für die Liebeslegung im Juni wieder. Alles Liebe und bis dahin. Vielen Dank. Vielen Dank.